ja hallo zusammen mein name ist dirk brand ich bin die andere hälfte vom podcast schlagabtausch und wir haben die hundertste podcast folge in bearbeitung das heißt die wird nächste woche herauskommen und wir haben gesagt es wäre doch mal cool wenn ihr unser podcast drum intro selber trommeln würdet dazu sagte der timo hör mal dirk dann mach doch ein kleines tutorial dazu damit man so eine idee hat vielleicht wie man das ganze denn herangehen könnte gesagt getan ich bin dabei ich habe sogar extra noten für euch gedruckt die sind hier die könnt ihr euch entweder indem ihr unter der podcast e mail adresse uns anschreibt unter meiner eigenen adresse in der facebook gruppe schreibt hey ich möchte gerne die noten haben oder mich selber anschreibt brand.dirk t-online.de dann schicke ich euch die auch selbstverständlich zu aber es ist uns eigentlich viel wichtiger ihr könnt auch euer eigenes drum intro daraus machen ihr könnt auch eine eigene idee wo ihr sagt das wäre eigentlich auch cooler als intro das könnt ihr einfach mal aufnehmen timo und ich wir haben gesagt hör mal pass mal auf schreib eine basis version das heißt ich gebe euch jetzt versionen an der hand die sehr einfach zu spielen sind und die ihr schnell auch nachvollziehen können denn alle noten die ich da spiele die könnte ich glaube ich eh nicht aufschreiben weil ich das auch immer wieder variiert da habe ich mir auch damals gar nichts bei gedacht viele leute sagen hör mal das erinnert mich total an jeff bocaro der das wunderbare mouchanga bei toto getrommelt hat ich ganz ehrlich hatte er eine samba im kopf und habe darauf das pittern so ein bisschen eingeleitet und die basis version dieses oder das was ich mir dabei gedacht habe das was ich spiele auf den toms das möchte ich heute euch erklären also los geht's damit ihr einen guten einstieg in die rhythmik der songs habt habe ich euch zunächst die die figur und den hands hat für die snare drum aufgeschrieben das findet ihr in den noten unter beispiel 1 da ist vielleicht ein bisschen tricky der handsatz und noch mal ganz wichtig es ist nicht original das was ich spiele das ist der grund handsatz die basis variation ich variiere das immer wieder okay aber der reihe nach zunächst auf der snare wäre es von der rhythmik her die bass drum läuft das finde ich ganz nett in vierteln durch und dann wäre es von der rhythmik her 1 und 2 und 3 und 4 und ich beginne jetzt im original wenn ich das ganze auf die toms lege beginne ich mit einem crash becken das crash spiele ich auch hinterher zum teil mit der rechten hand das geht natürlich auch und kann dann mit der rechten hand direkt zum floor tom herunter wechseln und so eine linie an die ihr euch halten könnt ist auch dass das floor tom in der regel in achteln durchgespielt wird so ein bisschen aber auch da ist es so dass ich zum beispiel auf der zählzeit zwei häufiger das floor tom weg lasse da ist es eingeklammert das heißt man kann es spielen manchmal spiele ich es auch und manchmal lasse ich es weg und danach kommt eigentlich diese paradiddle figur das heißt ich spiele jetzt noch mal sei reihe nummer eins das ist nicht notiert aber indem ich die zählzeit zwei weg lasse immer 1 und 2 und 3 und 4 zwischendrin habe ich glaube ich in der vorletzten folge auch einmal die zwei mitgespielt das so ein bisschen mal mache ich es mal mache ich es nicht das auch einfach so probiert das für euch auf den handsatz wenn ihr eigenen für euch besser empfindet ja dann macht es doch einfach so jetzt kommen wir aber zur verteilung auf der tom's oder auf den tom's besser gesagt das heißt ich beginne mit dem crashback in diesem falle mit der linken hand und habe dann die figur zu 2 hin wenn ich es langland spiele dann spiele ich eh meistens der stand damit vielleicht später auch nochmal ohne aber jetzt erstmal die grundfigur die grundfigur bis zur zählzeit 3 die aufhört mit dem snare drum schlag die spiele ich euch jetzt einfach mal jetzt geht es weiter das heißt ich spiele jetzt den ersten takt komplett bis zur nächsten 1 3 und 4 und und denkt wirklich an diesen aufgang dass ihr mit den tom's ein bisschen lauter werdet hinterher im standtop so oder so ich versuche das standtop relativ leiser zu spielen als meine rag toms oben 3 und 4 und der zweite takt ist eigentlich fast genauso nur dass ich hinterher einfach auf der zählzeit 3 und anfange tom 1 tom 2 tom 3 hintereinander zu spielen als sechzehntel damit ich eine rhythmische variation da drin habe ok beide takte 3 und 4 und 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 Ein bisschen schneller, einzeln. Zwei, drei, vier und. Was ich jetzt gemacht habe, ich habe die Patterns auch einfach schon ein bisschen improvisiert. Ich habe mit den Toms gearbeitet, mal habe ich die E und das D auf der Tom 1 komplett gespielt, mal auf der 2. Das heißt, gebt selber euren eigenen Weg und versucht so ein bisschen herauszufinden, wie was kommt. Es muss nicht immer in so einer Reihe sein. Das ist eigentlich das Spannende dabei. Ich spiele euch jetzt mal die Figur im Originaltempo. Eins, zwei, drei. Das ist eigentlich das Spannende dabei. So, am Ende habe ich jetzt gerade eine Figur gespielt. Die steht nicht notiert, aber die spiele ich auch sehr häufig. Und zwar auf der Zählzeit 3, E und D auf 4 und auf 4 und spiele ich quasi unisono, Stantom und die Snerdra. Eins, zwei, zwei, drei. Und zwei, drei. Mal im Zusammenhang mit dem Groove. Eins, zwei, drei, vier. Das probiert doch auch einfach mal. So, jetzt geht es zum sagenumwobenen Intro. Das Intro habe ich euch auch notiert. Und zwar beginnt es mit sechs Tolen. Und zwar drei und vier und. Auch das ist wieder sehr interessant. Ich habe das Ganze zum Teil ausgeschmückt mit Flams. Das heißt, im Grunde mache ich dann und zwar könnt ihr alles mit Flams spielen, wie ich es gerade gemacht habe oder auch nur die einzelne Figur. So, noch einmal. Drei und vier und. Das im schnelleren Kontext. Drei und vier und. Probiert einfach mal aus, was man denn so damit machen kann. Okay, die Grundfigur einmal up to speed und dann gehe ich in das Drum Intro noch einmal herein. Ich möchte mich bei euch verabschieden. Ich hoffe, euch hat das kleine Tutorial Spaß gemacht. Aber wie gesagt, ihr könnt spielen, was ihr wollt. Verändert das bitte, weil das ist meine Idee, die ich damals hatte mit dem Timo zusammen, dass wir das so machen. Also, einfach mal ausprobieren. Lasst euren Ideen freien Lauf, was da so passiert. Ich wünsche euch eine tolle Zeit und ich bin gespannt auf das, was ihr mit dem Intro so anstellt. Also, viel Spaß, ihr Lieben. Ciao, das war Dirk Brandt. Dirk Brandt Dirk Brandt